krass ich glaube das ist jetzt so eine Mission, die so die ein bisschen fordernd ist das andere ging ja jetzt eigentlich noch relativ, aber die Mission ist schon ein bisschen fordernd jetzt naja gut ich denke mir mal, dass wir das hinkriegen dass wir das grandios überleben werden so, also auf ein neues hallo ah, jetzt lasst mich durch ja, ja mal eben hier die so, Munition nehmen wir mit ach guck mal, hier sind auch Medi-Packs und alles warte, ich film mal gibt's hier kein MG oder sowas boah, Alter, ich seh nix schiffe, wir müssen uns zurückziehen scheiße verdammt, Jack okay, wir schaffen die Waffen raus oder sterben bei dem Versuch na, klettert er da wieso klettert er denn hier ein hier kehre zur Mission zurück, okay das Problem ist, ich seh den nicht durch das Licht alter, was ich schieße mir erstmal auf den Sack das gibt's auch nicht so, jetzt ist der schon mal weg da oben sitzt auch einer ist der, der gehört zu uns wahrscheinlich nicht, ne, oder? doch, der gehört zu uns Hauptsache, die sitzen ganz normal im Truck, weißt du? na okay, das läuft ein bisschen besser, wenn ich hinten bleibe so ja, komm, zeig dich ich glaub, wir haben's bleib wieder hinten so sie sitzt da ganz trocken einfach mal in dem Truck drin wie gut, dass ich nix seh durch die Sonne okay, wisst ihr was? hier, habt ihr ne Bombe für euch ihr Penner ja, aber da ist noch ein schwerer schwerer Gegner wie soll ich denn hier oh Gott ich werde beinahe gestorben los alter ich hab gedacht, ich sterbe jetzt oh Gott, oh oh nein oh Gott, ich hab's, ich hab's geahnt ich hab's geahnt jetzt fährt er auch noch weg feige Sau fährt er auch noch weg keine Munition mehr schön, wo krieg ich Munition her? ähm, ah, oben okay alter nein, ich hätte gerne wieder den Raketenwerfer jawohl ja, natürlich ich bin der Terminator ich bin der Terminator bist ihr doch yeah so, du suche den Goliath nach äh, dem Goliath-Gehirn okay machen wir kriegen wir hin jawohl haben wir flüchte aus dem Gebiet okay mal ganz schnell hier raus hier aus dem Gebiet äh zieh dich zu U-Bahn zurück okay ja das sowieso nicht er wird nicht umsonst gestorben sein er wird auf gar keinen Fall umsonst gestorben sein warum bin ich froh dass ich hier schon die ganzen Gebiete gecleared habe ah, guck mal hier ist so ein Ding nur ein bisschen ausgebaut äh, abgebaut was wir gesehen haben auf der Straße so, erstmal Munition so aufsetzt wir haben nur nur 100 Dollar können wir denn Luftdruckpistole vollautomatische Schrotflinte Brandprojektile Präzisionsgewehr Präzisionsschützgewehr Schützengewehr Freiheitswerfer können wir kaufen mit diesen Talern ich lass das mal eben ich will mal gucken ob wir was anderes ach, guck mal hier was haben wir denn hier noch alles äh Annäherungshack Fernzünderheck Fernzünderheck kaufe ich mal dann kann man das nämlich fernzünden das wird glaube ich vielleicht noch von Nutzen sein vielleicht kommt das noch irgendwann Fernzünder Brandbombe Annäherungsbrandbombe nehmen wir mal Annäherungsbrandbombe nehmen wir auch noch wir haben noch ein paar Pünktchen ich kaufe jetzt mal hier so ein bisschen so in dem Shop ein bisschen was aus Annäherungsablenkung Annäherungshack machen wir mal das können wir bestimmt gut gebrauchen ähm Fernzündersprengstoff nehmen wir auch mit so was haben wir denn noch hier können wir noch irgendwas kaufen das müssen wir mit Geld bezahlen das auch und die Verbrauchsartikel ja gut Chemikalienmaterialien okay haben wir ein bisschen was gekauft wir haben noch 67 67 Taler noch im Repertoire das heißt ich denke mal dass wir warte mal können wir denn uns die unten auf den Platz setzen auf den Slot setzen wahrscheinlich nicht ne lolololololololololololol ich frage mich wo ich die ganzen Sachen da habe bin bin nochmal gespannt so ok so dann gucken wir mal wo wir jetzt hinkommen jetzt kommen wahrscheinlich erstmal wieder ein Ladebildschirm ja wir reisen jetzt erstmal zur U-Bahn ähm ja mein Gott wir haben ihn verloren oh Gott das gibt es gar nicht Er hat es leider nicht geschafft, aber... Ja, mit Burnett. Burnett ist immer nett. Deswegen gehen wir mal da hinten. Ja. Quatsch doch einfach mal alle durcheinander. So. Burnett, hey. Burnett. In der Zeit sehe ich ein vielversprechendes Licht. Die guten Taten, den Spaß und die Liebe, die wir alle verbreiten werden, während wir unser Leben genießen. Jeder Tod in diesem Konflikt lässt dieses Licht dunkler werden. Und dadurch verdunkelt sich die Zukunft für uns alle. Ich will einfach vor allem davonlaufen. Aber dann höre ich die Schmerzensschreie. Und ich kann es einfach nicht tun. Ich muss versuchen zu helfen. Ich gehe wieder an die Arbeit. Versuch dich auszuruhen. Oh Mann. Ich kann den Doktor verstehen. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ein bisschen. Okay. Gehen wir mal hin. Das muss alles raus, Jack. Wie sollen wir den Leuten helfen, wenn hier überall Raketen herumliegen? Weißt du, Doc, ich habe das Gefühl, dass du irgendwie angepisst bist. Aber ich weiß nicht genau, wieso. Reiz mich nicht, Jack. Das kommt gerade nicht gut. Pass auf. Wir besorgen dir ein paar Vorräte. Scheiße, ich besorge dir sogar diese verdammte Röntgenmaschine. Wir besorgen sie, bauen sie um und schließen sie an den Generator an. Keine Angst, die Waffen werden nicht lange in den Kliniken bleiben, sondern gleich an die richtigen Leute verteilt. Gewalt erzeugt nur noch mehr Gewalt. Das ist eine Revolution, Doc. Ein Krieg. Für ein paar Dinge muss man kämpfen. Brady weiß das. Er hat allein mit einem Goliath aufgenommen und dessen Gehirn rausgeholt. Jetzt bist ein Held, Kleiner. Was ist los, Dana? Wo warst du? Ich habe ein paar Verletzte in Norks erwischt. Und sie verhört. Und wie liefst du? Ich spreche kein Koreanisch. Aber ich schicke denen eine universelle Botschaft. Was heißt das? Was tust du denen an? Parrish, schalt Nork-TV ein. Das wird dir gefallen. Hallo und willkommen bei KAC. In ganz Amerika feiern die Menschen die Ergreifung des Terroristenanführers Benjamin Walker hier in Philadelphia. Heute wurde verkündet, dass Walker noch in diesem Monat in der Hall of Justice der Protest gemacht wird. Wir können doch... Glaubst du diesen Scheiß? Glaubst du diesen Scheiß? Wir suchen schon die ganze Zeit verzweifelt nach ihm. Und die sagen uns live im Fernsehen, wo er ist. Hall of Justice? Die heißt Independence Hall für mich. Endlich können wir etwas tun und müssen nicht mehr auf unseren Ärschen herumsitzen. Hey, wir retten Walker vor dieser Verhandlung und er wird die Revolution so richtig anheizen. Rettet? Einfach so. Ich kenne den Ort. Das ist die reinste Festung. Da muss bei dir was nicht ganz dicht sein, Burnett. Dein ganzer Optimismus rinnt dir durch die Hose. Ja, der Doc hat recht. Das wird sicher schwer. Aber das Leben ist leider kein Ponyhof. Wir brauchen nur ein Ablenkungsmanöver. Dann holen wir ihn da raus. Ich mag Walker. Aber lohnt das Risiko für einen Mann? Doch. Du verstehst das nicht. Die Leute wollen sich erheben. Sie wissen es nur noch nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihnen sagen. Aber mir fehlen die Worte. Doch Walker nicht. Er weiß, wie man Leute erreicht. Wie man ihnen zu verstehen gibt, dass ihnen nur ihre Angst im Weg steht. Sobald sie das verstehen, kann sie nichts aufhalten. Deine Revolution wird zu einem Blutbad. Glaubst du, man kann das noch friedlich lösen? Hör mal, dank Brady halten wir endlich ein Goliath-Hirn in den Händen. Wir stehlen einen Goliath und setzen ihm das Hirn ein. Und der wird für uns dann den Weg freimachen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und dann dürfen mal die anderen ein paar Arschtritte verteilen. Was? Die Verhandlung beginnt bald. Wir sollten endlich loslegen. Brady bringt das Gehirn zu Heather, unserer besten Ingenieurin. Sie wird rausfinden, wie das funktioniert. Hethers Labor ist im Ashgate. Und der Bezirk ist abgesperrt. Wir werden dich mittels Crawford einschleusen. Er ist ein Collaborator. Und auch nicht, wenn du verstehst. Er soll sich mit ihren Holloway treffen und etwas planen. Der Grunde nach Holloway ist die Plattform runter und stufenhoch. Viel Glück. Hm, toll. Verbinde mich bitte mit Helder. Dürfen wir... Das klingt lustig mit dem Goliath. Das, äh... Nach Holloway geht's hier entlang, Brady. Okay. Ähm... Ich bin wirklich froh, dass du bei uns bist, Brady. Wenn ich sehe, was du so drauf hast, denke ich, dass wir wirklich eine Chance haben könnten. Ja. Was wollte ich gesagt haben? Darf ich dann selber den Goliath steuern? Oder... Der wird wahrscheinlich gesteuert, ne? Denk ich mal, ne? Die Tippe hoch. Pass auf dich auf, okay? Ja, mach ich. Ähm... Ach, wie cool das ist. Hier ist der Holloway-Tunnel, Brady. Pass da draußen auf dich auf. Der Holloway-Tunnel. Oh Gott. Bleiben wir jetzt unterirdisch? So, jetzt kommen wir in die Zone Holloway, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm... Das mit dem Goliath klingt spannend. Ich bin... Ich kann schon wieder nicht aufhören zu spielen. Es ist schon wieder... Oh Gott. Aber ich nehme schon fast drei, vier... Drei bis vier Stunden auf. Ich muss mal so langsam auch zum Ende kommen. Ähm... Alter, das ist so cool. Dieses Spiel ist so geil. Also, meiner Meinung nach, ne? Wie gesagt, jeder hat seine eigene Meinung, was das Spiel angeht. Wie gesagt, äh... Viele sagen, ja, es ist kein gutes Spiel und so. Bleibt eh jeden selbst verlassen. Ähm... Da bin ich mal gespannt, wie das mit dem Goliath... Und vor allem in der Festung. Alter, der Doc hat natürlich recht. Das wird nicht einfacher. Aber wenn wir einen Goliath haben, könnte es natürlich klappen, dass wir da einfach... Ja, ganz spontan reinmarschieren. Ja gut, spontan ist relativ. Aber, ähm... Ja, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, dass wir das hinbekommen. Ich vermute mal, dass wir da... Bazzam werden. Richtig viel Spaß. Und, ähm... Ja... Schauen wir mal. Ich weiß auch gar nicht, welche Folge wir jetzt hier sind. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, sind wir, glaube ich, schon... Weiß ich... Mitte Juli? Kann das sein? Ich nehme mir in einem Stück auf. Er hat einen Arbeitstrupp in Holloway beaufsichtigt, weshalb er sich mit dir treffen kann. Ich habe ihm gesagt, er soll dich nach Ashgate bringen. Du siehst dir also besser an, was er für einen Plan hat. Kümmere dich einfach um dieses Gehirn, okay? Viel Glück. Natürlich kümmere ich mich um das Gehirn. So, das Gehirn haben wir natürlich mit. Und, ähm... Wie ich schon wieder auf der Suche nach Lootsachen bin. Und ich will hier überall alles abkrabbeln. Okay. So. Ich war früher in einem Büro. Wirklich langweilig. Aber was würde ich nicht alles geben, um wieder so gelangweilt zu sein? Mhm. Die KVA ist clever. Hätten die Walker einfach getötet, wäre er ein Märzüger... Die Nordwächsler werden den Tag noch verflogen. Okay. Was haben wir hier? Ah, das Heckmodul. Mhm. Okay. Da sind die Wagen. Ja, ja, ja. Ablenken. Okay. Ähm... Ist doch müde. Hallo. Ja, ich glaube auch. Okay. Der Crawford wartet oben auf mich. Ich will nochmal eben schnell schauen. Chemikalien. Mhm. Weil wir schon einmal hier sind. Einmal eben... Ablooten. Gut, was war das? Ah, Kühlschrank. Ja. Ach, guck mal an. Nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. Ah, guck mal an. Grabungsstelle 02. Erhalten von einem gehackten KVA-National... Nationalistik... 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 Büro der KVA. Und übersetzt. Ich melde mit dem Schreiben die Rückkehr unseres neuesten geologischen Überwachungsteams von Grabungsstelle 02 in Vorbereitung für unseren Einsatz. Der Bericht setzt große Hoffnung in die Stelle, da sich die Gewinnerwartungen erhöht haben. Daher bitte ich höchstlichst um mehr Unterstützung für diesen Einsatz, um den Auftrag besser fristgerecht abwickeln zu können. Die Sicherheitsmaßnahmen der Stelle und des Personals wurden aufgrund der Feindseligkeit der örtlichen Bevölkerung erhöht. Wir glauben, da die nächste Stelle in einem Naturschutzgebiet liegt, dass die Angriffe der Amerikaner wahrscheinlicher werden, weil sie glauben, ihre Kulturerbe beschützen zu müssen. Ich werde auf die Unterstützung und zusätzliche Ausrüstung warten und dann zu Stelle 02 übergehen. Hier haben wir schon mal ein Radio. Jetzt haben wir wieder Schubladen. Die machen wir wieder offen, wenn wir schon einmal hier sind. Dann haben wir das schon mal gemacht. Kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann den Rechner abluten. Hey, das ist der Wahnsinn! Ja. Wie weit würdest du gehen? Das frage ich mich jeden Tag. Tja, keine Ahnung. Was macht die... Die guckt sich wahrscheinlich die Tapete an. Das ist wahrscheinlich eine hübsche Tapete. Die hättest du wahrscheinlich zu Hause auch gerne. Was machst du denn da? Bleib locker. Du bist wütend? Dann knall ein paar Norks ab.